Moin Moin, ich bin Esbald, das ist unser Bus und heute gehen wir einkaufen. So, wir sind auf dem Weg nach Deutschland, wie die einen schon mitbekommen haben, wohne ich ja in der Schweiz und wir fahren zum Baumwald und holen uns schon mal ein bisschen Material und zwar geht es um das Wettsofa, nenne ich das jetzt mal, das schon mal angefangen, das Grundgerüst dafür zu bauen und da in der Schweiz alles Besuch treu ist, fahren wir nach Deutschland, ist nicht so weit, sind 30 Minuten ungefähr, 35 Minuten und ja, schauen wir mal, was wir so finden. Ja, wir brauchen jetzt 50 x 100 x 250 Platten, aber die haben nur 40 x 80 oder 60 x 80. Was nehme ich? Keine Ahnung. Klar nicht. Ich glaube, ich brauche mal den Plan. 3 Meter, die ist ein bisschen zu lang vom Bus. Ja, so viel muss da auch nicht fehlen. Ja, ich brauche beschissene Sperrholz-Pappelplatten und die haben das nicht. Blöd. Ja, es gibt so einen Hornbach. Ja, die sind hier eben. Sagen es nicht. Keine Ahnung. Die Lippen für Rummel wieder vor. Happe. Multiplex. Und solche Dinnen wollt ihr als Verkleidung was machen, aber ich nehme Stoff dafür. 133 Euro eingekauft. Hier schönes Material. Da haben wir einmal Querstreben. 25 Meter. Ich nenne die Verstärkungslangen. 5 Meter. Das ist die zweite. Hier noch einfach eine Stützlatte. 2,50 Meter. Für die Klappfunktion. Für die Klappen zum Schleifen, ein bisschen Schleifpapier. Maschinenherst zu Hause. Senkbare Schrauben für die Klappfunktion. Und dann haben wir zum Schlafen haben wir uns entschieden für Multiplex. Was ist das? Birke. 50 Millimeter zu nehmen. Ist zwar ein bisschen teuer, das war jetzt das teuerste gewesen. Ich glaube der Quadratmeter 35 Euro. Aber es soll ja heben und schön aussehen. Das war's gewesen von unserem Baumolteinkauf. Das grobe Gerüst für unser Bettsofa ist dann schon mal soweit fertig. Und Preise, was es alles gekostet hat, werde ich euch nochmal reinschreiben unten in die Videobeschreibung. Und sonst, wie das dann aussehen wird, werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Bis dahin, reinschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du etwas zu sagen hast, benutze die Kommentare. Und wenn du mehr sehen willst, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Hier unten habe ich noch zwei Videos für dich. Das eine für dich zum letzten Video. Ein Kastenwagen wird zum Camper. Und rechts haben wir ein von YouTube vorgeschlagenes Video. Bis dahin, euer NestFight. Musik und starb Minh